Servus, Thiele hier und herzlich willkommen hier mal wieder zu einem neuen Video. Ich habe hier schon einige Trikots vorgestellt, die ich mir bestellt habe. Ich glaube, das letzte Video war ja zu meinem Schalke-Trikot, was ich mir geholt habe. Damals habe ich ja noch gesagt, das dritte Trikot von Schalke gibt es ja noch nicht. Und jetzt habe ich hier eine XXL-Bestellung von Schalke 04 aufgegeben. Unter anderem mit dem neuen Ausweichtrikot. Unser drittes Trikot auf Schalke ist ja rot. Aufgrund der Vereinsamen finde ich einfach eine geile Geschichte, geile Umsetzung. Und weil ich das Heim- sowie Auswärtstrikot überhaupt nicht feiere, dachte ich mir, komm, ein Trikot wird sich mal gegönnt. Und das ist das neue Rote. Das ist hier drin. Aber das braucht nicht so viel Platz. Denn hier sind noch einige andere Sachen drin. Ein paar werde ich euch mal zeigen. Ein paar werde ich nämlich auch brauchen. Denn ich bin nächste Woche in Hannover. Schalke hat ein Auswärtsspiel beim Club 96. Und ich freue mich sehr darauf. Und da brauche ich vielleicht schon ein, zwei Sachen hier raus. Deswegen gucken wir mal gemeinsam hier rein in meine XXL-Bestellung von Schalke 04. Also man muss schon sagen, wenn man in den Karton reinguckt, es hätte auch ein kleinerer getan. Das ist wieder mal typisch. Aber gut, gucken wir mal, was hier alles so mit dabei ist. Standarddinger, Handschuhe. Ich glaube, 10 Euro haben die gekostet von Schalke. Die müssen mal wieder sein. Ich habe als Kind welche gehabt, wenn es im Stadion kalt wird, da braucht man die. Guter Einkauf. Die werden auf jeden Fall behalten. Ist ja klar. Das nächste gute Stück, Trainingshort. Die war im Angebot für 15 Euro. Ich trage eigentlich auch im Mittag kurz Hosen zu Hause. Deswegen war die auch nötig. Schönes Ding. Wir können das mal eben kurz aufreißen. Ich will jetzt ja auch nicht jedes Produkt fünf Minuten mit euch auspacken. Das ist auch für euch langweilig. Aber hier mache ich es mal, bevor wir dann gleich natürlich auch noch zum Highlight kommen. Und das ist natürlich das Ausweich-Trikot. Das ist die Shorts. Für mich immer wichtig. Oder wenn, mit Reißverschluss an den Seiten. Kann ich nur empfehlen. Deswegen, gutes Ding. Wem es auffällt, neue Hacke. Meine andere, die hier hinten rumliegt, die war etwas klein. Die hat ja auch im Stadion nochmal angehabt, gegen den FC Ingolstadt. Die ist jetzt eine Nummer größer. Ist aber auch eine andere. Die war auch runtergesetzt. Also ich finde die Jacken von Umbro. Ich bin eigentlich kein Umbro-Fan. Aber die Jacken, die sind relativ dünn. Die finde ich ganz geil. Und auch die ist mit dabei. Und jetzt gibt es in diesem Video das große Finale. Unser neues Ausweich-Trikot. Boah. Hier ist das gute Stück. Und ich finde, das macht echt was her. Also es ist... Ja gut, natürlich, das Gelb ist als Schalker sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber für mich ist das eher das Dynamo Dresden-Gelb. Und das finde ich teilweise sogar ganz geil, weil es fast in die Dunkel-Gelb-Orange-Richtung reingeht. Es ist nicht das BVB-Gelb. Nur mal kurz zur Feststellung. Und halt das Rot. Das feiere ich auch. Was ich gerade nicht feiere, ist, dass ich mir das eigentlich mit Flock bestellt habe. Aber hier ist keiner drauf. Ähm... Ja. Bei dem bin ich jetzt selber überrascht. Das war jetzt weder geskriptet, noch geplant, noch bedacht, dass ich das erst im Video sehe. Ich habe keinen Flock drauf. Ich habe eigentlich mit Flock bestellt. Wir gucken mal auf die Rechnung, ob ich es mit Flock bezahlt habe. So, ich habe nachgeguckt. Ich habe das Trikot ohne Flock bezahlt, mitbestellt. Natürlich ist jetzt die Frage, ob ich es dann behalte oder nicht. Aber ich habe es zumindest regulär bezahlt. Immerhin hat das Schalke hinbekommen, mir den Preis nicht zu berechnen für einen Flock, den es nicht gibt. Sprich, die Rückseite ist jetzt leer, bis auf das schöne 1904. Ich muss sagen, ich habe als Flock eh mich selber genommen, also Thiele, weil ich keinen so richtigen Spieler gefunden habe. Ich war bei Bülter, war ich irgendwie, Tirolde natürlich auch, Malik Chao oder auch Memo Aydin. Aber so richtig fehlt mir der letzte Step. Deswegen denke ich mal, lasse ich es einfach so ohne Flock. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das wiederum zu bestellen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe es ja auch nicht bezahlt. Somit alles gut, Schalke 04. Schöne Bestellung. Ich werde jetzt nochmal kurz einzelne andere Sachen angucken, die ich mir geholt habe. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Wie gesagt, ein paar Schalke-Klavotten brauche ich nächste Woche schon. Da geht es dann natürlich auch wieder ein Stadion-Flock. Check gerne auch mal generell Thiele Football auf meinem neuen Fußballkanal, wo eben Vlogs von Stadien besuchen und mehr noch kommen wird. Und dann sage ich, macht's gut, ciao und bis zum nächsten Video.